Das Netz der Allianz ist ein einziges Chaos. Wenn ich richtig verstehe, hat ihre Führung allen Schiffen befohlen, Halo zu verlassen, als die Flood entdeckt wurden. Aber es war zu spät. Die Flood haben den Kreuzer überrollt und außer Gefecht gesetzt. Man fürchtet jetzt, dass sie das Schiff reparieren, um Halo zu verlassen. Sie haben ein Team geschickt, um die Flood zu neutralisieren und das Schiff zum Start fertig zu machen. Ich kann Captain Key's Signal jetzt klar empfangen. Er lebt und die Implantate sind intakt. Die Funkverbindung wird durch den Schaden am Reaktor des Kreuzers gestört. Ich bringe uns näher ran. Aha, die Koordinaten müssen... Oh, sorry. Chief, begehen Sie keine Dummheit. Lassen Sie mich. Captain? Captain! Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Ich bin auf Sturz und weil sie keine trazen. Ich bin auf Kass... Das istets sense. Hey! Ich bin auf Hehet mir! Okay! Genau! Das ist noch nicht unterwegs. Waaah! Schadensanalyse Dieses Loch wurde durch Sprengstoff verursacht. Starken Sprengstoff. Immerhin hat er die Hülle aufgerissen. Da unten sehe ich nichts außer Sehen von Kühlmittel. Wir sollten woanders weitersuchen. Achtung, Gefahrenstufe erhöht sich. Ich wollte schon immer mal in Kühlmittel springen, Chief. Glauben Sie mir, die Seen sind tief genug, kein Problem. Chief, wir müssen springen, geplaut. Wir müssen hier raus und einen anderen Weg zurück an Bord finden. Die Seen sind tief. UNTERTITELUNG Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sollten hier lang, Richtung Gravitationslift. Gravitationslift. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet, als ich dachte. Analyse. Erheblicher Kühlmittelaustritt. Die Reaktoren haben wahrscheinlich schon den kritischen Zustand erhalten. Das war's für heute. 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 Dort ist der Gravitationslift. Er funktioniert noch. Damit kommen wir wieder rein. Das war's für heute. Das war's für heute. Von hier aus dürfen wir in die Steuerzentrale des Schiffs gelangen. Das war's für heute. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Sieht aus wie ein zweiter Hangar. Von der dritten Ebene aus müssten wir in die Steuerzentrale gelangen. Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt. Hauen Sie ab! Der ist im Delirium erleidet. Wir müssen ihn finden. Der ist im Delirium. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Perfekt. Schnappen Sie sich eine der Banshees, damit wir zurück für Taylor auf Orden kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020